Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Lattie's Kitchen zu einem neuen Video von mir. Aber als erstes wünsche ich euch natürlich frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich habe euch wieder ein ganz einfaches Rezept rausgesucht und zwar Kokosbällchen. Das geht super, super schnell. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt doch einfach dran. Für die Kokosbällchen benötigen wir folgende Zutaten. Eine Dose Milchmädchen, das ist gezuckerte Kondensmilch, die findet ihr in jedem Supermarkt. Dann benötigen wir 200 Gramm Kokosraspel, dann 100 Gramm weiße Schokolade. Dann werde ich die Kokosbällchen mit einer Mandel füllen. Und zum Wälzen nachher brauchen wir natürlich auch ein bisschen Kokosraspel. Das sind so circa 100 Gramm, aber vielleicht brauchen wir sogar noch mehr. Als erstes wiege ich die Schokolade ab. Ich brauche ja 100 Gramm und dazu habe ich hier einen Messbecher. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Den Link dazu setze ich euch nachher rein. So, das sind jetzt genau 100 Gramm und jetzt geht es ans Schmelzen. So, das ist ja 100 Gramm. 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 Musik So ihr Lieben, das sind die leckeren Kukosbällchen und übrigens eignen sie sich auch sehr gut zum Verschenken. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch auf meiner Instagram-Seite vorbeischaut. Dort heiße ich Lattie's Kitchen. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!